Hey, ihr Kinder! Ihr solltet nicht hier sein! Ah, also da bist du! Was ist passiert? Wir schämen dich, dass du wegschraubst. Deine Mutter und ich waren sehr interessiert. Danke, dass du deinen Bruder wegschraubst, wie wir gefragt haben, Chucky. Ihr Junge haben jetzt keine Probleme, haben wir? Nein, Herr. Gut. Ich wünsche euch nicht so, ihr Junge. Wir waren schrecklich. Ihr wisst nicht, was die Mörderer und Neher-Do-Wels liegen in einem Ort. Ich bin Gibber Streep-Wood, ein Mighty Pirate. Ich habe keine Probleme, wie das. Natürlich, aber bitte, bitte. Also, dann. Los geht's mit den Mörder-Rotaten Buccaneer. Ja. Tja, Freunde. Sieht ein bisschen aus wie Booty Island. Da ist doch sogar Stan, das ist Booty Island. Ach, Freunde, ja. Das Let's Play ist leider vorbei. Leider, leider. Das Ende habe ich auch schon beim Original-Teil nicht so richtig verstanden. Warum auf einmal alles nur geträumt war oder alles nur ein schlechter Scherz. Und wenn Chuck unser böser Bruder ist und Elaine nie existiert hat. Ja, und im nächsten Teil lässt er sich mit Elaine vermählen. Und ja. Aber nichtsdestotrotz, es ist und bleibt mein allerliebster Liebling bei den Monkey Allenteilen. Und ja. Ich bin happy, dass ich jetzt auch diese Special Edition gespielt habe. Natürlich mit euch zusammen. Mein Fazit zum Spiel brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu zu sagen. Deswegen ein einmaliges Spiel. LucasArts steckt dahinter. Das sagt auch schon vieles aus. Und ich bin einfach nur begeistert von dem Spiel. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich genieße jetzt auch noch ein bisschen die wunderschöne Musik. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Wieder. Und ja. Und hoffe, dass wir dann auch genauso viel Spaß haben wie hier. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich mache es weiter mit Runaway und Star Trek Bridge Commander. Monkey Island 1 Special Edition wird auch bald kommen. Und ja. Ich denke mal, dann seid ihr wieder gut versorgt. Macht es gut. Bis dahin. NRW bei 18. Adieu. Und ja. Los. Du bistinis. Bistinn. Da. Ten. Ton. Du bist ist하나. Weder noch mit Hey Peter. Und du bist. Du bist again. Krieg! Hoch. Amen. E зр. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.